Guten Morgen, heute ist Freitag, der 19. Tag im Monat Iyar. Der Rambam sagte, unser Seyfra Mitzvah ist weiter über die Hilchot, Truma und Tahrad. Hier kommt ein interessanter Halachat. Früher, die Menschen hatten Truma, Truma war ein heiliges Essen. Dachten sie, wo kann ich die Truma legen, diese heiliges Essen, die ich zum Kohen abgeben muss? Wo kann ich das legen, damit es nicht durcheinander kommt mit dem normalen Essen? Weil die Truma darf nicht gegessen werden von den Menschen, nur von den Koronien. Haben die Menschen das gelegt mit den heiligen Büchern, mit den Rollen, die Tora Rollen, die Propheten Rollen, etc. Und was sie fragt, Kodesch? Dann wird das nicht gemischt. Was ist passiert? Sie kommen in Moise, um die Essen zu essen. Und haben gleichzeitig auch die Bücher gegessen, die Rollen gegessen. Was können wir machen? Haben die Chachamin gemacht einen rabbinischen Erlass. Die heiligen Bücher machen unrein. Wenn du legst die Truma mit den heiligen Büchern, die heiligen Bücher machen die Truma unrein. Das hat eigentlich mit Unreinheit nichts zu tun. Aber es war so ein rabbinischer Erlass, damit die Leute so nicht die Truma legen mit den heiligen Büchern. Und so ist es geworden, dass alle heiligen Bücher, auch Bücher, die sozusagen von Propheten geschrieben waren, wie Megillat Aster, etc. sind dann genannt worden. Unrein waren nicht wirklich unrein, aber nur um die Menschen zu vermeiden, die Bücher mit Essen zu legen. Der Rebbe sagt in Ayem Yeim, Chassidus ist gottlich ein Verstand. Es ist ein Verstand, was zeigt uns, wie klein wir sind und wie hoch wir erreichen können. Chassidut bringt uns von einer Seite die Anerkennung, was wir wirklich sind, aber bringt uns gleichzeitig, wie hoch wir werden können, wie hoch wir erreichen können, wenn wir uns auf unser Neshama konzentrieren.